Bei Bauarbeiten an einem Haus in Weltspillig wurde am Dienstagvormittag eine Gasleitung beschädigt. Dies löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften aus. Mitarbeiter einer Baufirma stießen mit ihrem Mini-Bagger um kurz nach 11 Uhr auf die Leitung zwischen Gastank und Wohnhaus. Im Umkreis von 100 Metern mussten anschließend insgesamt 15 Anlieger ihre Häuser verlassen. Die alarmierte Feuerwehr Weltspillig und der Malteser Hilfsdienst erreichten innerhalb weniger Minuten den Einsatzort. Die betroffene Straße im Wohngebiet wurde komplett gesperrt. Auch die Polizei Schweich war vor Ort. Es gelang den Einsatzkräften, das Ventil zu schließen und so weiteres Ausströmen zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.